Servus und herzlich Willkommen zu Julian Wittings skiing. Heute mit einem besonderen Gast, mit dem Herrn Emlicher. Besonderer Gast. Standard Gast. Sehr cool. Das letzte Video ist ja sehr sehr gut angekommen. Eng Skifahren lernen, wenn du es noch nicht gesehen hast, schau es dir unbedingt mal an. Ich glaube, so war es ganz cool, weil zwei verschiedene Typen, zwei verschiedene Sichtweisen da sich komplementieren und ihr da einen maximalen Nutzen raus habt. Heute wollen wir mal das Thema beleuchten, bei welchen Können sollte man welchen Ski fahren und welche Skilänge ist bei diesen Skiern zu empfehlen. Wir haben erstmal vier Könnenstufen. Wir haben den Anfänger, der noch nie Ski gefahren ist, dann den Fortgeschrittenen, der so langsam ins parallele Skifahren übergeht, der dann auch langsam sich von der blauen langsam Richtung rote Piste bewegt, dann den Könner, der schon auf der roten Piste dann auch schon einen Kurzschwung fahren kann oder einen Kurzschwung lernt, ins Carving übergeht und dann den Experten, der auf der schwarzen, auf der Buckelpiste im Gelände überall souverän immer unterwegs ist. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Anfängern an, Dominik. Was würdest du da empfehlen? Ja, ich glaube bei den Anfängern kann man das relativ einfach beantworten. Je kürzer der Ski ist, desto leichter tut sich der Anfänger. Zu kurz ist natürlich, also Snowblades ist dann kein Ski mehr, aber wenn wir von kurz reden, dann ist es Kinnhöhe bei einem Anfänger und da tut es sich dann einfach leichter. Damit er schön in die Drehung reinkommt, damit der Ski einfach ein bisschen mithilft bei den ganzen Sachen. Je länger der Ski ist, desto mehr Geschwindigkeit brauchst du und desto mehr Gefühl und desto mehr Können brauchst du nachher, um den Ski um die Kurve zu bringen. Würde ich genauso unterschreiben und dann vom Anfänger zum Fortgeschrittenen. Muss der den Ski da wechseln oder würdest du sagen, erstmal noch mit dem Ski weiterfahren oder was würdest du da sagen? Also wenn man das jetzt so definiert, dass der Anfänger eigentlich wirklich bis zu dem Level geht, wo er Pflughufen steuern kann. Nachher würde ich sagen, der leicht fortgeschrittene bis fortgeschrittene Skifahrer kann sicher noch eine Zeit mit dem Ski fahren. Das ist sicher kein Fehler. Also wenn man sich jetzt da wirklich ein neues Equipment zulegt, dann kann man das schon eine gewisse Zeit noch fahren. Wenn wir uns aber nachher immer weiter nach oben bewegen und schönere Kurven, parallelere Kurven fahren und sobald man da nachher wirklich in das ganz leichte Carving reinkommt, wo man den Ski ganz leicht auf der Kante fahren kann, nachher braucht man sich auch einen neuen Ski. Und welchen Ski würdest du da empfehlen? Was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt eine blaue Piste langsam runterkomme, lernen den Ski aufzukann und Steuerqualität zu fahren? Ist es dann der Slalom-Ski, der Riesen-Slalom-Ski, All-Mountain-Ski? In welche Richtung würdest du da deinen Kunden zum Beispiel dann eine Empfehlung geben? Also ich glaube, das kann man relativ einfach beantworten, weil alles, was mit Slalom und GS und irgendwie Bezeichnungen anfangen, ist in der Könnenstufe eigentlich jetzt nicht wirklich dazu gemacht. Jetzt im leicht fortgeschrittenen, wenn ich mich gerade auf der blauen Piste jetzt irgendwie rumquäle, All-Mountain gehen wir da schon in die richtige Richtung. Und wenn ich wirklich jetzt etwas haben will, wo SL oder GS draufsteht, dann tendiere ich schon eher da zum SL. Wobei es ja da so viele Unterkategorien bei den einzelnen Skien gibt. Verkaufsstrategie ist das natürlich bei den Skimarkten, ist auch klar. Und es ist auch nicht überall GS drinnen, wo GS draufsteht. Muss man ja auch aufpassen. Aber alles, was irgendwie eine relativ leichte Bauweise ist, und da reden wir jetzt nicht über den kompletten Holzkain mit der Tonalverstärkung und hin und her, das ist jetzt was wir zum Beispiel fahren, da gibt es wirklich ein breites Spektrum. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu schauen, dass der Ski von der Länge her passt, dass der Ski eine gute Detaillierung hat. Also wir reden über 13, 14, 15 Meter Radius. Und dass er jetzt nicht allzu, allzu steif ist. Aber da ist es wahrscheinlich ganz intelligent, wenn man wirklich in ein Fachgeschäft geht und sich von dem Verkäufer nachher nochmal beraten lässt, was jetzt der richtige Ski ist. Weil ich kenne mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht bei jeder Skimark bei den Bezeichnungen aus. Also da gibt es so viele. Aber reiner GS, reiner SL ist sicher jetzt nicht unbedingt empfehlenswert. Sieht man ja auch häufig dann auf der Piste, dass dann leicht fortgeschrittene Skifahrer sich dann den 1000 Euro GS-Ski aufschwatzen lassen. Leute, macht das nicht. Das tut ihr euch mega, mega schwer, weil die Skier sind bissig, die wollen gefahren werden, die brauchen eine saubere Technik und da habt ihr keinen Spaß mit. Dann lieber erstmal so eine abgespeckte Variante nehmen. Und vielleicht, oder vielleicht halt auf einen Lady Carver für die Frauen. Ist ja so eine Geschichte. Oder halt ein relativ stark taillierter All-Mountain-Ski. Da gibt es dann auch so Pisten All-Mountain-Ski mit so einer 70 Millimeter Breite unterm Fuß. Bis 75 Millimeter. Da würde ich auch am Anfang jetzt nicht zu breit gehen, weil der Weg ist natürlich dann von Kante zu Kante. Je breiter der Ski wird immer weiter. Von da, wo ich erstmal schmal bleibe und dann, wenn wir Richtung Könner gehen, dann wird es natürlich interessant, wenn ich sowohl Kurzschwünge fahre, als auch mittlere Radien. Wenn ich vielleicht auch schon mal meinen ersten Ausflug mit einem Bergführer oder Skiführer in den Tiefschnee mache. Welcher Ski ist denn da jetzt optimal, wenn du nur einen Ski empfehlen würdest? Also wenn ich jetzt nur einen Ski empfehlen würde, wo ich jetzt wirklich ein großes breites Spektrum abdecken kann, dann ist das wirklich so ein klassisch, dafür gibt es sie, All-Mountain-Ski, vorne gerockt vielleicht, ganz leicht. Bei Nordica ist das jetzt der Navigator, bei Atomic, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Vintage, glaube ich. Genau, Vintage. Vintage, da gibt es wirklich gut, die gibt es in verschiedenen Varianten, 80 breit, 85 breit, 90 breit unter der Bindung. Und da tendiert man sich eher auf den 85er bis 90er, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe ein bisschen ins Gelände Skifahren, und ich kann das auch, der ist aber immer noch ganz gut auf der Piste zu fahren. Also den kann man immer noch gekauft auf der Piste fahren. Alles, was drüber ist, alles, was über 90 ist, da ist dann schon, das ist dann, da erfordert schon extremes Können noch, und damit man den auf der Piste dann auch richtig gekauft fahren kann. Das sehe ich absolut genauso. Ich muss halt auch immer dann entscheiden, bin ich dann der Typ, der einmal ein Jahr in den Skiurlaub fährt, und der vielleicht mal einen Tag Powder hat, oder bin ich eher derjenige, der auch dem Powder hinterher fährt. Da würde ich dann auch so ein bisschen bei der Mittenbreite dann schauen, also All-Mountain absolut, aber dann bei der Mittenbreite, wenn ich weiß, okay, ich bin eher immer an Ostern unterwegs und an Weihnachten, wo eventuell nicht so viel Powder ist, dann eher einen etwas schmaleren All-Mountain-Ski. Wenn ich weiß, okay, ja, ich bin schon auf der Suche nach Powder, und wenn es nicht die Möglichkeit gibt, dann bin ich auch sofort drin, dann eher tendenziell breiter. Jetzt Thema performance-orientierte Ski im Könnerbereich. Ist es dann schon der All-Mountain oder der, sorry, der GS- oder Star-Narm-Ski mit Titanal-Verstärkung und Holzkehren, oder würdest du sagen, eher noch ein bisschen zurückstecken und erstmal nochmal in die Skischule gehen? Immer in die Skischule gehen, das ist einmal prinzipiell, also immer Privatlehrern, immer, das ist einmal das Prinzipielle. Nein, also wenn man jetzt Leute hat, die was zum Beispiel so vom Niveau her, vom Level her sind, so wie bei uns im Camp, dann kann man sich auch in die performance-orientierteren Schiene gehen, und man muss ja, man muss immer ein bisschen unterscheiden, also das ist immer eine ganz eigene Geschichte, wenn einer sagt, ich habe den GS jetzt, oder den SL von Atomicrossignal, bla bla bla, da gibt es ja wirklich zwei bis drei Varianten immer, bei Nodica gibt es zwei, kommt auch darauf an, wie oft die Skifahren gehen, in der Saison, wie oft ich mir einen neuen Ski kaufen will, in den nächsten zwei, drei Jahren, performance-orientierte Ski, wenn ich wirklich gut am Ski stehe, wenn ich wirklich geil fahre, dann kann ich sicher in diese Schiene reingehen, und dann kann ich mir wirklich einmal, dann kann ich auch einen 899 Euro Slalom-Cover mir leisten, den gibt es dann eh nur in dieser Ausführung, und da muss man allerdings dann halt auch wirklich der Herr der Dinge sein, es ist wie wenn ich normal Fiat 500 fahre und dann steige ich in Ferrari ein, also das ist dann wirklich so, da geht es dann schon ab, da muss ich dann schon ein bisschen mehr Kraft aufwenden, da muss ich schon ein bisschen eine bessere Technik haben, wenn ich da fahre, dann ist es richtig geil. Genau, und das jetzt zum Thema Slalom, dann GS, ist natürlich jetzt die Geschichte, ich habe dann sowohl die 1,75er Modelle bis 1,85, vielleicht sogar bis 1,87, so die Richtung, und da jetzt bei der Könnerstufe würde ich eher sagen, erstmal langsam rantasten, vielleicht mit einem 17 Meter Radius, mit einem 18 Meter Radius, und nicht direkt auf das Masters Modell mit 21 bis 25 Meter Radius, weil je größer der Radius wird, desto schwieriger steuert der Schien die Kurve rein, desto mehr muss man im Kurvenwechsel arbeiten, und da tun sich ja die meisten, also das ist ja immer so das Hauptproblem von allen Skifahrern, der Kurvenwechsel, die Bewegung nach vorne in der Kurve, und da eher mal rantasten, vielleicht mit einem 1,75er, mit einem nicht ganz so steifen, ohne Rennplatte, vor allen Dingen da, weil es auch nochmal Steifigkeit gibt, und dann kann man sagen, okay, jetzt bin ich immer zwei Sons gefahren, ich kann den jetzt stabil fahren, bei allen Bedingungen, und jetzt steige ich mal auf eine härtere Latte um. Wann empfiehlst du denn jetzt einem Könner, einen Slalom-Ski oder einen GS zu kaufen? Also prinzipiell bin ich selber, ich selber aus persönlichen Gründen bin ich einfach nicht der große Fan von Slalom-Ski, auch wenn ich heute einen dabei habe, aber es hat andere Gründe. Ich bin ehrlich gesagt kein extremer Freund von den Slalom-Skinen, ich kann ehrlich gesagt aber auch gar nicht wirklich begründen, warum, weil das hat seinen Ursprung einfach, dass der Slalom-Ski so extrem zu macht, die Kurve, wenn man richtig fährt, und das irgendwie auf Kreuz und Knie geht bei mir. Also das ist persönlich, das ist halt so. Ich fahre lieber einen GS, der jetzt nicht ganz einen extremen Radius hat, was man vielleicht auch dazu sagen muss, bei der GS und auch bei der Slalom-Ski bleibt der Radius relativ gleich, egal ob man jetzt an 1,60 oder 1,65 oder 1,70 fährt, also der geht maximal bis 1,70, da bleibt der Radius zwischen 12 und 14 Metern, und wenn man jetzt wirklich auf das GS-Modell umsteigt, von 1,70 aufsteigend bis 1,85 bei den meisten, oder 1,88 bei den meisten Marken, ändert sich der Radius schon ganz nicht gewaltig, also da geht es von 17 bis 25 Metern, also da ist eigentlich ganz logisch, dass sich der Ski auch ganz anders fährt, also wenn ihr einen 1,75 mit 17 Metern Radius habt, der fährt sich ganz anders, als ein 1,88 mit 25 Metern Radius, einfach, der wird auch deutlich mehr titanal verbaut, der wird viel härter gebaut, man braucht mal eine Hand nehmen, das war mir so schwer. Ich empfehle eigentlich den Leuten, die was jetzt wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt da performen, ich möchte geil auf der Piste fahren, ich kann wirklich auf der Kante fahren, ich kann fast alles geschnitten fahren, empfehle ich Körpergröße, das ist so das Daumen mal Pi, die Regel, Körpergröße von der Skilänge her und mit dem staut ich mal. Also ich fahre jetzt seit Jahren eigentlich 1,85. Ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht. Manchmal wünsche ich mir einen 1,80er, manchmal wünsche ich mir einen 1,90er, also das ist wirklich, das kommt ganz darauf an, wie ich den einsetze. Und genau Skilänge hast du jetzt schon angesprochen beim GS-Bereich, Slalom, hier sind die Jungs, die kommen gerade zum Training, Servus. GS, klar, Körperlänge, sehe ich genauso, Slalom ist eher immer so Kinnhöhe oder ein bisschen mehr oder was würdest du da für eine Faustregel vorstellen? Bei Erwachsenen, bei Erwachsenen, Slalom, den gibt es auch nicht in so einem großen Spektrum, als wie bei einem Riesentollaufschirm. Der Riesentollaufschirm fängt wirklich bei 1,70 an, also die Bezeichnung GS fängt ja meistens bei 1,70 an und der Slalom geht maximal von 1,55 bis 1,70, also die meisten haben eigentlich in der 1,70er gar nicht mehr dabei, also geht es 1,55 bis 1,65 und damit ist Schluss, dann ist das gar nicht mehr so schlimm und da ist keine Höhe so die Regel und man muss vielleicht nicht an der Stelle muss man schon sagen, wenn wir jetzt von einem Slalom oder von einem Riesentollaufschirm reden, dann ist das bei weitem natürlich nicht der Ski, der jetzt irgendwie im Riesentollauf, im Weltcup gefahren wird, also das ist ganz klar, das ist eine ganz abgespeckte Version, der ist zwar vom Aufbau her sehr, sehr ähnlich, aber da ist keine Rennplatte drauf, der ist deutlich leichter, der ist von der Teilierung komplett anders, also da steht zwar GS drauf, meistens mit einem kleinen Zusatz, beim Nordicor ist es GSL, wir nennen den Riesentourischi, Riesentourischi, dann, aber wenn wir zurückkommen zum Slalom, Damen eher 1,55, Männer eher 1,65. Und beim Allmountain war ja auch eine Empfehlung für die Könner, Könnenstufe, da, wenn man jetzt, würde ich sagen, so noch nicht so ganz safe ist, dann eher etwas kürzer, auch vielleicht so Kinnhöhe, vielleicht ein bisschen länger, wenn man aber schon safe ist, dann ruhig auch auf Körperlänge und auch länger, je nachdem, wie sicher man ist, auch wenn man im Tierschnee fahren will, dann macht es sicherlich Sinn da, oder fällt einem dann gerade ziemlich cool, obwohl es geht. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, sorry dafür, da muss man ja immer direkt mal gucken, was da gerade läuft, wie eine Eintagsfliege, wo war ich stehen geblieben? Allmountain-Ski, wenn man den auch im Tierschnee fahren will, macht natürlich eine längere Variante mehr Sinn, weil er dann auch einfach laufrühriger ist und man auch eine höhere Auflagefläche dann letztendlich hat. Okay, das dazu, jetzt kommen wir zum Expertenlevel. Wie ist es bei mir? Wie ist es da bei mir? Ich habe da, wenn ich mich da einordnen darf, habe ich da immer ein GS am Start. Nummer 1. Die Nummer 1, ja genau. Ich habe da immer ein GS am Start, den ich immer fahre, wenn ich Piste fahre, einfach weil er mir das beste Feedback gibt, weil ich da wirklich immer genau weiß, okay, hat der Schwung jetzt gepasst oder halt eben auch nicht, weil wenn nicht, dann fühlt sich der Schwung nicht ganz so gut an. Dann kann es auch mal sein, dass man nur ziemlich schnell auf der Nase liegt und dann halt ein Ski für das Tierschnee fahren. Das reicht mir dann auch. Wie machst du das? Ähnlich. Also bei mir ist das eigentlich ähnlich. Ich habe einen Ski, den was ich eigentlich die ganze Saison fahre. Das ist MyGas-Ski. Ich habe natürlich den einen oder anderen Ski, aber bei mir ist es oft so, ich nehme gerade das, was dasteht. Aber wenn man sich jetzt auf einen Experten umlegt, der wirklich aktiv Skifahren geht und wirklich bewusst Skifahren geht und das jetzt vielleicht nicht als Job macht, so wie mir, dann reichen zwei Barski definitiv aus. Wenn man sich nur einen leisten will oder kann, dann tendiert man auch auf dem Expertenniveau eher zum Almantenski, 1,80 Meter lang oder Körpergröße lang und 80, 85 Meter in der Mitte breit, dann hat man definitiv sowohl auf der Piste als auch im Off-Piste-Bereich seinen Spaß. Dass der natürlich performanceorientiert nicht so ist wie der GS auf der Piste. Das ist halt so ein Mischmasch. Das ist wie wenn ich mit Sommer-Winter-Reifen Mischmasch das ganze Jahr durchfahre. Also man darf nicht zu hohe Erwartungen an einen Almantenski stellen. Das muss man nicht. Die sind sehr gut, aber sind natürlich in den Bereichen Piste und Off-Piste nicht vergleichbar mit einem reinen Pisten und am reinen Off-Piste spielen. Das ist ganz klar. Also da muss man halt auch unterscheiden und da muss man entweder an Kompromiss eingehen oder sich beide Ski leisten. Und last but not least haben wir natürlich auch noch die Sport-Cava-Kategorie, die zwischen Slalom und zwischen Riedenslalom sind. Zum Beispiel dann Rossinger Multiturn oder sowas oder Head I-Race, die es dann auch mittlerweile mit Titanal-Verstärkung Rennplatte gibt, also auch als Pro-Variante. Ist sicherlich auch für, wenn man wirklich viel Kurzschwung fahren will und viel Rieden oder längere Schwünge fahren will, macht es sicherlich auch Sinn. Ich bin jetzt noch nicht so ein riesiger Fan, weil ja, wenn man sehr, so wie ich jetzt, sehr schwer ist und sportlich fahren will, dann kommt er natürlich auch an seine Grenzen. Dann hat er nicht die Qualität wie jetzt ein GS-Ski. Aber ich glaube für Leute oder für Skifahrer, die nur ein paar Mal im Jahr in den Skiurlaub gehen, vielleicht 14 bis 20 Skitage haben und vor allen Dingen Piste fahren wollen, ist das glaube ich eine ganz geile Alternative oder wie siehst du das? Ja, da haben wir ein bisschen eine unterschiedlichere Meinung, weil ich glaube, dass die Carver jetzt wirklich extrem gut geworden sind. Also ich kenne sie jetzt nur von der Nordica Seite her. Das ist der Speedfire. Und also, wenn ich mir jetzt selber einen Ski kaufen müsste, da würde ich sagen, okay, der braucht ein bisschen halbwegs ein Spektrum noch und würde ich mir so einen kaufen. Dann würde ich mir so einen kaufen, weil je älter man wird, desto weniger will man sich anstrengend beim Skifahren auch. Also rein anstrengungstechnisch. Und die Ski sind richtig geil mittlerweile. Wie gesagt, ich kenne jetzt nur die Nordica Seite. Bin mit denen ein paar Mal gefahren und die sind richtig gut. Also da kann man, da macht man nichts falsch, wenn man die kauft. Aber da muss man auch dazu sagen, also die kosten eigentlich mehr als wie ein GS. Das ist so. Ja, also die kosten dann... Den X9-Kox, den Elite Plus. Oder den Speedfire RB von Nordica, der kostet glaube ich 1100 Euro oder sowas. Und der X9, glaube ich, kostet auch 1099. Also da sind wir wirklich auf dem mega High-End-Produkt. Was du denkst, da ist extrem viel Entwicklung drin, da steht extrem viel Entwicklung drinnen. Und auch vom Aufbau her, also RB beim Nordica heißt zum Beispiel Rage Bridge, also der hat vorne die Schaufel vom Renn-Ski, da ist wirklich sehr, sehr viel hochwertiges Material drin verbaut. Also da, ich bin eigentlich relativ positiv auf die Ski eingestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also kann man sicherlich machen. Ich bin da vor allen Dingen, ich habe ja eh einen Test gemacht und da, vor allen Dingen der Rossinger Elite Plus, der fand ich richtig cool, weil der nochmal ein bisschen vielseitiger war als jetzt der iRace Pro und der, wen hatten wir denn da noch? Lass mal kurz nachdenken. Welchen hatten wir denn dann noch? Ach, ich komme gerade nicht auf den anderen Ski, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, vor allen Dingen dann auch im steilen Gelände, lässt sich echt sehr, sehr gut im Kurzschlung fahren, aber auch im mittleren. Jetzt von Können-Stufen her sicherlich sehr, sehr interessant für Könner, sowohl als auch für Experten. Für Experten und vielleicht noch mit der Rennplatz interessant drauf und mit der Race Bridge, je nachdem und dann für den Könner eher dann ohne Rennplatte, weil er dann doch nochmal eine ganze, ganze Ecke steifer wird. Okay, ich hoffe, wir konnten das jetzt ganz gut beleuchten. Ich würde vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, so Einsteiger-Ski, Fortgeschrittene, können den Einsteiger-Ski noch weiterfahren, wenn es dann Richtung Könner geht, wenn man nur einen Ski haben will, tendenziell ein All-Mountain-Ski, Körperlänge, wenn du gerade rüber gehst, so ungefähr bis Kinn, ansonsten, wenn du schon besser wirst, geht es Richtung Körperlänge im All-Mountain-Ski, dann werden auch so langsam die Slalom- und GS-Ski interessant, Slalom-Ski ungefähr Kinnhöhe, sage ich jetzt mal, GS-Ski ungefähr Körperlänge, Körperlänge plus, minus und Sportcarver sicherlich auch, sehr, sehr interessant, wenn man jetzt einen Pistenski haben will, der immer überall gut funktioniert und wenn man natürlich dann Richtung Freeride gehen will, auch mehr, macht sicherlich ein breiterer All-Mountain-Ski mit einer Mittenweite von ab 85 Millimetern sicherlich Sinn und dann im Expertenbereich, da kann man dann die richtig, die Ferraris fahren, so wie wir es genannt haben. Sehr cool, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und lasst auf jeden Fall mit dem Dominik auf dem Instagram, Skischlück-Lungetzer und YouTube ein Like und Abo da und alles was geht, auf jeden Fall auch mit der Welt teilen, ganz, ganz wichtig, bei mir natürlich genauso auch auf dem Lifestyle-Kanal, hier auf dem Kanal Instagram und dann bedanke ich mich für den fachkundigen Beitrag vom Dominik und das letzte Wort gebürtet es meinem Gast. Servus. Servus.